Dann lasst es euch mit dem Mikrofon in das Gehirn einhämmern. Hallo! So blöd kann keiner sein. Ja, aber glaubt man bloß nicht, dass ihr nur den Knopf ausgemacht habt. Nein, die hat doch den Stecker gezogen, die Hauptsicherung rausgegeben. Warum um alles in der Welt drehst du blöde Zige? Auch noch die Hauptsicherung raus. Ja, gestern war Gewitter, was ist mir doch scheißegal, wenn der Blitz kommt. Der was, der Blitz, wenn wer kommt, der Blitz? Der Blitz! Bei mir zuhause, komm mit, weil die Zeugen Jehovas! Warum soll denn der scheiß Blitz kommen? Mhm. Du dummes Auto! Humor ist, wenn es weh tut. Ich glaube, das habe ich schon. Halt die Schnauze. Ja. Das würde ich so stehen lassen. Bande von Idioten. Oh, 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 oh.